5 Tage lang ohne die Batterien mit dem Landanschluss zu verbinden unterwegs sein und man hat 220 Volt und natürlich auch 12 Volt die Starterbatterie hinten wird über den Motor geladen oder auch wenn er am Landanschluss angeschlossen ist so, dann gehen wir nochmal raus dann möchte ich Ihnen das auch mal, ich mache hier noch mal zu gerne mit diesen Verdunklungsvorhängen erklären was draußen für die Kajüte ist so, und zwar haben wir für alle Fenster mit einem Klettverschluss die Möglichkeit, jedes Fenster zu verdunkeln so wie ich das hier auf dieser Seite mal gezeigt habe das wird dann einfach mit einem Klettverschluss aufgezogen oder zugemacht, hat den Vorteil, wenn man nicht schläft, kann man von draußen nicht beobachtet werden und kann hier die Pflicht als vollwertigen Wohnraum mit benutzen, wenn man im Hafen liegt weil man eben von draußen nicht reingucken kann ja, ich hoffe, Sie konnten sich so einen guten Eindruck verschaffen wenn Sie noch Fragen haben, irgendwas Spezielles sehen möchten, lassen Sie mich das einfach wissen ansonsten würde ich mich freuen, Sie persönlich zu einer Besichtigung begrüßen zu dürfen und ich hoffe, die virtuelle Besichtigung hat Ihnen einmal ein bisschen Spaß bereitet ach, das hätte ich fast vergessen hier oben haben wir auch nochmal Ablagefächer das ist hier über der Sitzbank an der Dinette und da auch nochmal eins alles in allem ein sehr schönes, großes, gepflegtes Boot man muss nur noch seine persönlichen Sachen einräumen und dann kann es losgehen Tschüss